Mittendrin wurde es unterbrochen und mittendrin geht es weiter in Abschied von Großvater. Tut mir leid. Ich konnte nicht verhindern, dass sie den Anhänger nehmen. Versuch jetzt nicht zu sprechen. Es ist zu spät für mich. Das weiß ich. Oh nein. Du hast mit der Chief-Test geredet? Ja. Das ist gut. Du bist ein tapferer Junge. Es scheint, als hätten die Räder des Schicksals angefangen sich zu drehen. Seine Pfeife ist immer noch stand auf dem Mund. Wir hatten nicht viel Zeit, aber du hast mich sehr glücklich gemacht. Mein wunderbares Kind des Windes. Großvater! Du musst den Anhänger zurückholen. Denn Klonoa, das ist dein... Großvater, sprich jetzt nicht mehr. Es ist dein Schick im Saal. Großvater! Es tut mir so leid. Großvater! 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 Das ging von der Sinarah. Es hätte noch ein bisschen dramatischer sein können. Ja, ich habe wieder mal was zu bemängeln, ich weiß. Nein, sie ist aus Baywatch. Dramatische Mucke. Jetzt geht's los. Zum Sonnentempel. Wir können das schaffen, Glonoa. Der Sonnentempel. Ja, auf geht's. Yay. Das war doch mal ein schönes Level, wo ich gar nichts machen musste. Nein, das war jetzt nur wegen dem Part so. Wir sind schon mal Vision 5. Okay. Auf geht's. Auf geht's. Danke, Pamela. Du kannst uns einfach am Eingang absetzen. Dumm, dumm, dumm. Bist du sicher, dass ich euch hier absetzen soll? Klar. Ja, das ist perfekt. Danke für deine Hilfe. Dumm, 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 dumm. Du-du-du-du, patz blöd auf die Schelf. Tschüss. Auf geht's, hör uns gehen. Die vier Juwelen, Corona, der Sonnentempel. Bläh. 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 Flup. Okay. Wir haben es bisschen hinterher geschafft. Aber es ist hier so still, dass es schon wieder unheimlich ist. Buh. Ah. Ihr seid Herr Glonoa und Herr Jürgen. Richtig? Hm? Hä? Wir haben euch erwartet. Hat ja lange gedauert. W-Wer seid ihr denn? Ich bin Solara. Ein Priester von Karol in den Sonnenliefen. Irgend so. Reise Solos. Verstattet mir euch zu begrüßen. Es freut mich, dass ich kommen kann. Ähm, danke. Ich schätze, sie haben irgendwie gewusst, dass wir kommen würden. Ach. Irgend so. Habt ihr zwei irgendwelche komischen Leute hier reinkommen sehen? Außer uns beiden. Ja. Was haben wir? Na klar. Bitte schaut hier rüber. Und guckt der Felix genau rin. Ich sehe vier Klos. Seht ihr diese vier leeren Podeste? Achso. Podeste. Wenn die Modellen, die auf diese Podeste gehören, nicht wieder zurückgebracht werden, bleibt die Passage zum Altar verschlossen. Dann wir gar nicht. Leider wurden alle Juwelen von den Schaden von Darius weggescheint. Haben nicht mal um Erlaubnis gefragt. Und ich muss leider zugeben, dass wir beide nicht wirklich gut kämpfen können. Anders gesagt. Ist es nett. Ist es nett. Wir sind nett. Könnt ihr die vier Juwelen finden und sie wieder zurück auf ihre Podeste bringen? Probiert es, wenn ihr euch traut. Wir zählen auf euch. Wenn ihr uns enttäuscht, werdet ihr es bereut. Hey. Moment. Jetzt wartet mal. Ich schätze, wir müssen einfach losziehen und alle Juwelen finden. Hm. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Tja. Okay. Dann müssen wir das so machen. Das war ja eine recht einfache Vision hier. Ich gehe mal wieder erst zu grün und gelb. haut rein. Dann wird ganz locker flockig gehen. Kürzer ein bisschen absprennen. Wir müssen einfach was runter machen. Hier so Batza zack zack zack. wie männlich was zum Eid alter du Potsau hau wab ich fühle mich hier so leicht forscht hier geht es zu grün scheiß auf den jungen hier geben wir erst mal hier rein reiziger hier jetzt nicht rein so ist zu schon kapiert da jetzt ist es nicht mehr blockiert da als Werk sorge schuld öffne die Tür das nicht immer Wachim so langsam der Erzglühlohr jetzt bin ich ja mehr oder dort verdammt der eine ist irgendwie kaputtgegangen und ich hab die grüne kugel cool Kugel die erste Barrikade ist offen so dann widmen wir uns jetzt der gelben Kugel ist ja richtig cool ich kugel mich voll lachen ja klar ja klar so Kugel oh Gott stimmt doch mal du Potzer die nerven mich so in diesem Spiel die Klu nur eins gegen die irgendwie aber war hier ne also das ist ja Pugel folter hier mit dem so da ist da ist ein Lucky Egg mit 30 durch so kühle ich das 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 zweite wettel die den die da ist die Gelbe Kugel die und die Gelbe Kugel auf Stülpen die geheiligt werde dein Name Kugel dein Reich komme dein Wille geschieht die vier Jahre Schiele vor allen Dingen wie im Himmel so auf Erden unser täglich Kugel gibt uns heute und vergibt uns unsere Morde wie auch wir vergeben unseren Vater wo ist kleines Gubel 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 Rote Kugel ist unser nächstes Ziel die 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 doch wo ich habe mich wirklich erschrocken gerade aber ich hätte sagen können da da bewegt sich mal zu aktiv wie nein 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 wo ich verlieferst unter sich auch aktivieren so das hätten wir so wer wer so okay könnten wir gebrauchen das Ding hier also so so du 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 und wep und und die rote Kugel ist unser dann sie ist auch falls es nicht gemerkt habt hat und rot ist zufällig meine Augenfarbe für die 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 ja das ist nein 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 er geht ja gar nicht und drauf die rote Kugel sieht ziemlich cool aus wenn ich aber die blau wird wahrscheinlich noch cool aus bei blau ist meine Lieblingsfarbe und das ist auch meine wirkliche Augenfarbe so blau grün gemisch habe ich von meiner Mutter da unten ist die blaue oh ja die sieht wirklich cool aus hat so einen leichten Lila touch finde ich so ganz leicht nur so ganz leicht ins Lila aber so wirklich nur ganz leicht aber so ganz klein bisschen nur aber so oder okay gar nicht ich gibt es ja zu mir hat gar nichts von Lila ich bin nur gerade eingefallen so wow ja diesmal völlig nicht drauf ein du Arsch ja ja oh na du denkst du wärst schneller als ich ja falsch gedacht du hattest feier Gedanken so du 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 duか du 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 libring du 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 ich sterb gleich scheiße man er braucht das Jahr um sich zu bewegen wo Kloner nicht berühren es könnte wehtun und die letzte Kugel ist unser du denkst wenn du denkst du denkst du denkst du denkst so und wir haben eure vier Kugel wieder gebraucht seit jetzt glücklich ja das seid ihr aber ich würde sagen wir gehen erst im nächsten paar durch diese Tür eine kleine Zwischensequenz erwartet uns dort und ich habe keine Lust dass das auf einmal wieder nicht passt wie bei den alten Opa da er er konnte sich auch nicht beeilen diese zwei Säcke da werden sich wahrscheinlich auch nicht bei mir ihren Geschwafel Naja egal also ich würde sagen für Kloners Ohren flattern und wie die Kugeln funkeln und ja wie meine zwei Herzen pochen und wir sehen uns im nächsten Part Freunde also bis dahin Ciao bis dahin bis dahin bis dahin bis dahin bis dahin bis dahin Bis zum nächsten Mal.